Krakadorf sind wir. Heute fahren wir zu den Ausschüssen nach Krakadorf. Kulturenaustausch machen wir. Ja, warte, jetzt muss ich da ein bissel. Müssen wir beim Heimfahren weiter erzählen. Jetzt fahren wir durch schöne Krakadorf durch. Krakadorf sagen sie. Eigentlich haben wir immer gewonnen, was ich weiß, die letzten Jahre. Wir haben noch nie verloren. Also ich kann einen Kommentar geben, weißt du. Schau, kann man dort nix. Mal schauen, wie es uns heute geht. Rein zum Badeteich. Der Franz und ich, der Bruno Berger und der Herr Mitterhecker. Wirst du heute wieder einen Mitterhecker-Schuss machen, Franz? Ja, zwei, drei machen. Zwei, drei wirst du machen, gell? Zwei, drei, schau her ein bissel. Das ist aber nicht so genau. So, wo ist denn der Teich da? Aha, da sind wir Verkehr gefahren. Gegen Petzl schießen wir. Was ist das Kaufhaus? Ja. Da geht das schon ein, Schatz. Servus! Da werden wir wahrscheinlich essen. Da hucken sie schon. Da werden sie schon, wenn ich vorglühne die Krakäber. So, da rechts muss der Badeteich rauf gehen, gell? Aha. Aha. Da oben rechts, oder? Weißt du Bescheid? Badesee. Ja, das ist ja schön. Schau, da war ich herab. Schön ist ja, warum. Ein bisschen Schnee haben wir auch. Was ist heute für... Heute ist der 20. Januar 2013. Minus 5 Grad. Nein. Hat es Minus 5 Grad? Ja. Hat es Minus 5 Grad? Ja. Die Ausländer. In das Hochkurort Tal Luftkurort. Da sind wir schon, schau. Wunderbar. Ah. Da sind wir schon bei den Burschen. Geht da? Ja, fahren wir einfach zu oben. Das ist ja... Das ist ja... Das ist eine blöde Mode. Hat es ja die Schnee haben. Ich lasse da mal rauf. Ja, grüß Gott. Ich hab jetzt alles gekippt, bis ich wieder rumfinde. Ihr schon unsere Gegner? Servus. Servus. Einer von Bayerhaus. Servus. Grüß dich. Hat es schon gewappnet? Wenn wir sehen. Wenn wir sehen. Ja, flott. Ja, hab ich aber eigentlich gefilmt. Aha. Da wird schon fleißig trainiert. Servus. Servus. Grüß dich. Hallo, hallo. Boah, die kennen sie schon. Ich bin auch dabei. Was? Hochwühlen? Die kennen sie schon? Ach ja, natürlich. Du hast deine Eisen montiert fix. Ja, ja. Ja, sauber. Ist geil. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Ja. Ja. Was nehmen wir heute für einen Stock? Ah, den werden wir nehmen. naja schauen wir mal wieder am Badeteich gerne, wir haben ja Zeit da schauen die Bäume raus grüß dich, servus wir sind schon rein gefahren, fleißig trainieren das ist originell, das zählt alles, das taugt mir das ist frei, die Bäume taugt mir das ist ja frei ausschießen, nur mal dumm ja genau, es geht einfach so gut jetzt schaut ihr das einmal an mit einer Steck, von wo sie raus schauen das finde ich originell das wird die größte Gaude werden wahrscheinlich ok, dann warten wir auf die Ankunft vom Bus